Jenseits aller Grenzen – Analplack mit prall gefüllter Blase Gemeinsam mit ihrem Freund Henry schaut sie sich einen Film an, von dem sie jedoch nicht allzu viel mitbekommt. Zu angetörnt ist die Supp bereits von dem großen Toy, das tief in ihr steckt. Zur Ablenkung trinkt sie reichlich, was sich bald mit einer extrem vollen Blase rächt. Ein Umstand, den ihr Dom hocherotisch zu nutzen versteht. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr